Die Harvest ist bereit, am Ende! Es gibt echt keinen Wegpunkt, ne? Na gut, Leute Dann packen wir es hin... irgendwo... auf die Höhle... vielleicht... Können wir schön fortifyen... Okay... Ich habe jetzt vielleicht meinen Red Banner etwas zu früh eingesetzt... Also die Ads sind glaube ich nicht so das Problem... Okay... Die sind wirklich kein Problem... Okay, nice... Jetzt kommen dann ein paar Ads... Ich bin ein bisschen aufgeregt... 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 Ja... 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 Ja, was da? In der Jauntlet-Liga, niiisssss